Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Spezialfolge der Redstone World, denn heute möchten wir die Fabrik testen. Hier in der Redstone World, bei diesem Kreativ-Kreativ-Projekt, das bedeutet, wir spielen im Kreativ und dürfen alles mögliche machen, was nur in Minecraft Vanilla, also ohne Mods und ohne Plug-ins möglich ist. Und wir bauen in diesem Kreativ-Projekt unter anderem eine Fabrik mit vielen, vielen Maschinen. Und wir haben hier schon eine ganze Menge Maschinen in der Fabrik stehen. Die neueste Maschine ist dabei diese Maschine, die uns Holz zurechtschneidet. Und was ich nun habe, ist hier unten eine Kiste, in der aktuell nichts drin ist. Und auf der anderen Seite, dort wo die ganzen Farmen sind, habe ich eine Kiste. Und in dieser Kiste sind viele, viele lustige Sachen drin. Und zwar einmal 64 von jedem Material, was gefarmt wird. Es wird Holz gefarmt, es wird Kohle gefarmt. Hauptsächlich werden hier steinische Mineralien, hier sind keine Mineralien, Materialien, also so irgendwas aus der Erde gefördert. Dazu haben wir hier eine funktionale Mine. Und wir können uns das auch nochmal gerne anschauen, wie diese Mine funktioniert. Da kommen mit dem Minenlift zwei Villager hochgefahren. Und diese beiden Villager geben dann ein Item hier ab. Da, in diesem Fall ein Emerald. Ich sammle das Item jetzt mal auf, weil das Item soll jetzt nicht in die Fabrik gelangen. Alles, was hier in den Trichter reinkommt, kommt nämlich am Ende in die Fabrik. Und wir sind die Minearbeiter, gehen zurück. Und jetzt wird die nächste Frage sein, wie kann man Holz farmen? Holz wird gefarmt, indem wir hier Bone Meal weiterverarbeiten. Das heißt, man soll immer etwas nehmen und daraus wird etwas anderes. Bone Meal bekommen wir über eine riesengroße Bone Meal-Farm. Hier werden Melonen gefarmt und die Melonen werden anschließend im Komposter zu Bone Meal gemacht. Ergo erhalten wir viele, viele Kisten voller, voller Bone Meal. Und diese viele, viele Kisten voller, voller Bone Meal gelangen dann in diese Maschine, die Bone Meal aus den vielen, vielen Kisten voller, voller Bone Meal benötigen. Damit ein Baum hier entsprechend mit dem Bone bearbeitet werden kann und zu einem, also ein Zapling bearbeitet werden kann, der dann anschließend zu einem Baum heranwächst, der von dieser Maschine automatisch zerkleinert wird. Wie wir sehen, hier verwenden wir ein bisschen Command-Blöcke, damit das möglichst realistisch ist. Und das genau ist das Kreativ im Kreativ-Kreativ-Titel dieses Projektes. Das andere Kreativ ist der Spielmodus. So, wir haben also jetzt eine Kiste voll Items erhalten. Wir haben jetzt genau diese Menge an Items, wie ihr gerade seht. Und diese Items werden jetzt in die Fabrik gesendet. Und dann startet der Prozess in der Fabrik. Und wir werden uns das jetzt angucken, was mit den Items passiert. Ihr seht, ein Teil der Items ist schon verladen. Und jetzt folgt der andere Teil. Das heißt, theoretisch müsste dieses Minecraft gleich voll sein. Mit 64, 64, 64 und nochmal 64. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir sehen. Ja, perfekt. Das Minecraft ist voll. Jetzt heißt es nur noch einen Moment warten. Und das Minecraft wird gleich abfahren. Sobald die Lampen im Hintergrund abgelaufen sind, geht es los. Dann fährt das Minecraft Richtung Fabrik. Das heißt, dann wird es ernst. Wir haben hier einen Güterzug. Und der Güterzug nennt sich Gynis Güterbahn. So, die Lampen sind abgelaufen und es geht los. Der Güterzug fährt diese Strecke lang. Fährt nun hier in dieses wunderschöne Schloss. Und man sieht, es ist noch nicht fertig. Daran erkennt man, das ist ein Work-in-Progress-Projekt. Dieses Projekt wird kein Ende haben. Das wird wahrscheinlich mehrere Jahre lang dauern. Ich baue schon seit Monaten an diesem Projekt. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der Hilfe von ein paar anderen Leuten. Und das Projekt wächst und wächst und wächst und wächst. Mittlerweile hat das Projekt sogar schon einen eigenen Flughafen, der zum größten Teil fertiggestellt ist. Und das sieht schon sehr spektakulär aus. So, wir wollen allerdings uns nun mal der Fabrik zuwenden. Und hier oben ist die sogenannte Ex- und Importetage. Hier kommt alles an auf Ebene 0 in der Fabrik. Und auf Ebene 0 kommt der Güterzug an mit den Items. Und hier geht es nun los für die Items. Die Items wandern hier in den großen Wasserkreislauf der Fabrik. Und dann geht es los. Ebene 1 haben wir auch schon die ersten Maschinen. Die ersten Maschinen machen zum Beispiel so etwas hier. Wir haben hier eine Maschine, die Kelp erstellt. Kelp haben wir nicht angeliefert. Warum, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier eine Kohlepressmaschine. Wir haben hier Öfen. Und ich glaube, hier geht es für viele Items gleich los. Wir sehen jetzt, die ganzen Erze werden hier reingesetzt in diese Maschine und instant geschmolzen. Eine Etage tiefer haben wir eine Weiterverarbeitung. Hier stehen auch gerade noch alle Maschinen. Und eine Etage tiefer haben wir noch nichts. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Aktuell kommt eine ganze Menge Kohle an. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Hier sind wir jetzt gerade in der ersten Ebene. Und wir sehen die Kohle, die nun ankommt. Die wird nun jetzt hier verarbeitet. Und zwar wird die Kohle in dieser Maschine verarbeitet. Und diese Maschine presst uns die Kohle zusammen zu einem Kohleblock. Zack, da ist der Kohleblock. Und der Kohleblock wandert dann weiter eine Etage tiefer. Denn dort geht es für den Kohleblock weiter in der Verarbeitung. So, dann haben wir hier eine Maschine, die sich um Cobblestone kümmert. Aber da können wir uns gleich drum kümmern. So, wir sehen eine weitere Maschine. Das ist jetzt hier der Ofen. Die Ofenanlage, die Lava-Ofenanlage. Sie funktioniert mit Lava. Das sehen wir jetzt gleich. Wenn die Öfen angehen, sehen wir, die Maschine saugt Lava. Da sieht man es gerade. Die Maschine saugt Lava aus dem Strom. Nimmt dabei Eimer, die bereits schon drin sind. Und füllt sich somit wieder auf. Einen kurzen Server-Lag. Achtung. Da ist er wieder. Okay, wunderbar. Das ist die Maschine, die sich jetzt gleich hoffentlich in Betrieb setzt. Und zwar ist das eine Steinbruchmaschine. Aber wir gehen mal eben kurz weiter nach unten. Und gehen mal zu der Maschine hin. Denn hier sehen wir, ist unsere Holzschneidemaschine. Hier werden die Loks hingesetzt und werden in dieser Maschine zerschnitten. Das erste, was passiert ist, dass die Schale abgeschnitten wird. Anschließend werden die Holzbalken zu Planks weiterverarbeitet. Und die Planks werden anschließend zu Slabs weiterverarbeitet. Und die Slabs werden am Ende mit einer Fräse ausgeschnitten. Und dabei entstehen Stöcker, wie ihr hier seht. Und das ist alles nochmal. Das ist Vanilla Minecraft. Das sind nur Command-Blöcke und Structure-Blöcke im Hintergrund tätig. Alles andere ist wirklich reines Minecraft. Schaut genau hin. Krass, oder? Sieht ziemlich realistisch aus, muss ich sagen. Auch hier die Fräse macht genau das Richtige. Und das sieht schon ziemlich cool aus. So, wir gehen mal eine Etage höher. Denn hier hat sich nun diese Maschine angeworfen. Diese Maschine, die wir hier oben haben, stellt aus Bruchstein Sand her. Und das funktioniert so, dass die Maschine den Stein erstmal zerkleinert zu Gravel. Der Gravel geht dann anschließend weiter und wird einmal durch ein Sieb geschoben. Und wird dabei zu Sand. Und der Sand, der wandert nun weiter. Eine Etage tiefer. Und gelangt hier. Na, ich helfe dem Sand mal ganz kurz. So, gelangt hier in einen Bottich. Wird also hier magmatisiert. Also der Sand wird hier heiß gemacht. So, und immer wenn das passiert, passiert etwas. Und zwar zeige ich euch das ganz kurz. So, ihr seht, die Fabrik läuft richtig. Also alle Maschinen laufen jetzt auf Vollbetrieb. Wir sehen, der Füllstand wird immer mehr. Das heißt, da ist der Füllstand schon wieder gewachsen. Und die Maschine beginnt wieder. Also es öffnet sich hier. Der Füllstand geht ein bisschen runter. Seht ihr, der Füllstand ist gerade runtergegangen. Lava fließt hier raus. Aber der Füllstand geht gleich wieder nach oben, weil ja die ganze Zeit was nachkommt. Lava fließt nach hier unten hin. Und wir sehen, die Lava wird jetzt hier zu Glasscheiben gepresst. Wunderbar. Und da sind unsere Glasscheiben. Gehen hier runter. Gehen jetzt hier rein. Ja, und jetzt geht es hier weiter. Glasscheiben gehen hier runter. Und gehen in diese Maschine. Das ist eine Maschine, bei der Folgung ist passiert. Wir gucken uns das auch mal ganz in Ruhe an. Wir haben heute alle Zeit der Welt, uns das in Ruhe anzuschauen. So, ich trinke mal einen Schluck. Wir sehen, diese Maschine macht folgendes. Die Glasscheiben werden hingesetzt und werden erstmal in einem kleinen Ofen erhitzt. So, dass die Glasscheiben orange glühen. Wenn sie orange glühen, werden sie anschließend hier in Flaschen gepresst. Also eine Glaspresse, die wir hier gebaut haben, die uns Minecraft-Flaschen herstellt. Und wie Sie sehen, die fertigen Flaschen kommen da hoch. So, wir haben noch eine spektakuläre Maschine. Und zwar die gute Maschine hier. Die arbeitet mit den Kohleblöcken. Ich weiß nicht, ob sie schon fertig ist. Guck mal, ganz kurz. Werden noch weitere Kohleblöcke hergestellt? Nein, aktuell nicht. Dann gucken wir mal. Wir haben hier unten ein bisschen Kohle. Es gibt immer ein bisschen Ertrag. Wir sehen, Kohle haben wir noch über. Dann machen wir mal folgendes. Die Kohle, die jetzt hier unten übergeblieben ist, die packen wir wieder in die Maschine rein. Und wir schauen uns mal an, was passiert. So, die Kohle wird als allererstes gepresst. Wunderbar. Und geht hier raus. Wir begleiten jetzt unsere Kohle mal. Da ist die Kohle. Schaut her, schaut hin, die Kohle. Wir verfolgen den Weg der Kohle. Denn die Kohle wird wirklich auch Kohle machen. Das ist ein schönes Wortspiel. Kohle für Kohle. Ja, die Kohlescheffel Kohle. So, die Kohle geht als erstes hier entlang. Hier entlang. So, hier durch. Bis nach hier. Hier runter. Da entlang. Und wandert in die nächste Etage. So, Kohle ist in der nächsten Etage angekommen. Hier entlang. Hier entlang. Einen langen Weg, den die Kohle hier geht in der Maschine, in der Fabrik. So, und die Kohle kommt hier raus und kommt in diese Maschine. Diese Maschine macht folgendes. Diese Maschine bearbeitet die Kohle mit Hitze und, oh, Glück gehabt. Es entsteht ein Diamant. Das passiert nicht immer. Wenn wir diese Maschine jetzt einfach mal laufen lassen und sie ein bisschen beobachten. Die Maschine macht nicht immer Kohle. Also, wir sehen die Maschine. Okay, das war jetzt ein Satz mit X. Nächster Versuch. Und, ja, die Kohle ist kaputt gegangen. Es kann passieren, dass die Kohle kaputt geht. Nicht immer kommt da ein Diamantball raus. Das heißt, die Maschine arbeitet mit einem Zufall. Die Maschine bearbeitet die Kohle mit Hitze und mit Druck, den durch diesen Hammerzeug wird. Und leider auch schon wieder Pech gehabt. Mal gucken. Das nächste Stück Kohle kommt sofort. Mal schauen, was passiert. Okay, das nächste Stück Kohle kommt nicht, weil das war es schon. Ihr seht, die Kohle geht jetzt wieder nach unten. Die Kohle, die wir bereits hatten, das ist jetzt insgesamt zehn Stückchen, haben wir. Mit diesen zehn Stückchen lässt sich ungefähr ein oder zwei, zwei, ich glaube Pi mal Daumen werden zwei sein. Ich glaube, zwei Blöcke Kohle lassen sich erschienen. Ihr seht, diese Maschine hat eine Verlustrate. Aber dafür macht diese Maschine auch uns Diamanten. Das heißt, diese Maschine erzeugt uns Diamanten. So, wir sehen mittlerweile ist die Holzmaschine fertig. Die Holzmaschine hat alles Holz bearbeitet und alles Holz zu Stöckern gemacht. Und auch unsere Diamantenmaschine wird jetzt auch so langsam fertig werden. Die einzige Maschine, die jetzt noch hier bunter und munter am Laufen ist, ist unsere Sandmaschine. Wir sehen, Cobblestone wird hier echt noch und nöcher verarbeitet. Und wir sehen, die Maschine ist aktuell so ziemlich voll. Also das Ding ist hier voll und wir müssen jetzt eigentlich theoretisch nochmal einen Moment warten, bis das dann weiterläuft. Und wir sehen, die Maschine verarbeitet dann auch hier 39 Glasscheiben. Das heißt, die Maschine hier ist relativ langsam. Das ist unsere Glaspresse. Die kann leider nicht schneller arbeiten. Wenn wir das jetzt mal mit den anderen Maschinen vergleichen, ist das schon doch heftig, was hier sonst so erzeugt wird. So, ich glaube, da ist noch ein Stück Kohle. Wir sehen, ein Stück Kohle ist mindestens entstanden. Da ist meine Kohle. Mal gucken, was passiert. Wir beobachten es wieder, ob jetzt was draus wird. Und? Nein! Pech gehabt. Fünf Stückchen Kohle. Und? Ich glaube, noch ein zweites Stück Kohle konnten wir gewinnen, oder? Konnten wir ein zweites Stück Kohle gewinnen? Ja. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Komm. Nein! Pech gehabt. Man kann nicht immer Glück haben. Okay. So. Und ihr seht, die Maschine läuft jetzt freudig hier weiter. Jetzt gucken wir mal rein, was für einen Ertrag wir haben. Ihr seht, das ist aktuell der Ertrag der Maschine. Wir haben sieben Diamanten gewonnen durch ein Stück Kohle. Das ist ordentlich, muss ich sagen. Das ist eine Menge. Und wir haben natürlich unser Eisen geschmolzen. Und ihr seht, wir haben schon eine ganze Menge Glasflaschen. Und vor allem Stöcker ohne Ende. Das heißt, mit einem Stack. Mit einem Stack. Ja, das ist ja, es geht eins zu eins auf. Das ist toll. Die Maschine hat perfekt gearbeitet. Die Rate der Maschine ist eins zu fünf. Ihr seht, ein Stack Holz entspricht gleich fünf Stacks Sticks. Und genau so wird die Rate auch mit den Flaschen aufgehen. Beziehungsweise da ist die Rate ein bisschen anders. Da ist die Rate eins zu, weiß ich nicht. Das müsste man mal wirklich ausrechnen. Und ihr seht, die Maschine ist relativ lange, die Glasmaschine. Aber Glas ist ein wichtiger Exportgüter. Jetzt ist die große goldene Frage, wozu braucht man das? Also wozu? Also ein fertiges Produkt, was hier in der Fabrik hergestellt wird, ist Glasflaschen. Diese Fabrik geht noch weiter. Wir werden später hier unten eine riesengroße Produktionsstraße bauen, in der noch andere Sachen hergestellt werden. Und zwar ist das alles, was in der Fabrik später hergestellt wird. Tools aus Diamanten werden hergestellt. Alle. Es werden Uhren und goldene Äpfel hergestellt in unserer Goldverarbeitungsmaschine. In unserer Eisenverarbeitungsmaschine werden wir ganz feine Eisenrüstung herstellen. Wir werden weitere Tools herstellen, wie Pfeile etc. Dafür brauchen wir natürlich das ganze Holz. Wenn man bedenkt, das brauchen wir irgendwo für. Die ganzen Holzsticks werden wir verarbeiten zu Holzprodukten. Da wird natürlich auch ein bisschen Eisen dazukommen müssen. Deshalb werden wir auf jeden Fall spannend das beobachten, wie die Maschine weitergeht. Ich kann es mal drauf machen, das sind die ganzen Holzprodukte. Und wir haben natürlich noch ein paar weitere Sachen. Zum Beispiel hier noch, das ist noch ein Eisenprodukt. Das hier ist ein Redstone-Produkt. Genauso wie auch die Uhr ein Redstone-Produkt ist. Und wir haben ein Produkt aus Stein. Und zwar die Flaschen. Die am Ende, diese Steine zu Gravel, zu Sand, zu Glas, zu Flaschen. So. Und was passiert jetzt damit? Wir brauchen ja nicht Millionen Flaschen. Die Flaschen gelangen. Oder alles, was jetzt in der Fabrik hergestellt wird, geht anschließend weiter zum Hafen. Und hier im Hafen seht ihr schon den Hafenkran. Der wird nämlich sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt den Hafenkran aktiviere. Ich glaube, ich habe... Ne? Doch. Ihr seht, der Hafenkran kann Sachen verladen. Und auch wieder andersherum. Der Hafenkran wird die Sachen auf ein Schiff verladen. Und wir werden die Sachen exportieren. Nach irgendwo hin. Das ist ja fiktiv, wo es hingeht. Das ist ja ein Kreativprojekt. Das tun wir mal. Wir tun so, als ob es exportiert wird. Erhalten dafür Geld. Geld. So. Und dieses Geld, was wir erhalten, geht dann zur großen Bank. Wir werden hier später eine Bank bauen. Und in dieser Bank wird das Geld gespeichert. Und dann sehen wir quasi an einem Diagramm, wie viel Geld aktuell die Redstone World hat. Die Fabrik. Und die Farmen. Und alles, was hier irgendwo läuft in der Redstone World, verbraucht allerdings Geld. So. Mit anderen Worten. Alles, was in der Fabrik irgendwie läuft oder irgendwo tut, verbraucht Geld, damit es läuft. Die Unterhaltung. Die Abdeckung der normalen Kosten. Und das ist Wirtschaft. Simuliert in Minecraft. Wir haben am Ende einen Wirtschafts-DAX. Das heißt, wir sehen quasi gerade. Wir sehen auf einer Zeitlinie und auf einer Skalendinie, wie viel Geld hat die Redstone World. Das heißt, wenn zum Beispiel viel produziert wird, geht der Geldwert erst runter, dann wieder nach oben. Und ihr werdet merken, dass das Ganze immer wieder so in Schwankungen rauf und runter geht. Mal ist mehr Geld da, mal ist weniger Geld da. Das werdet ihr am Ende sehen. Und das ist cool. Das zeigt wirklich so ein bisschen, wie echte Wirtschaft im echten Leben funktioniert in Minecraft. Und das ist in gewisser Weise mein kleiner Bildungsauftrag. So. Wir sehen, mittlerweile ist die Glaspresse fertig. Und jetzt kommt es nur noch auf unsere Glasmaschine an, die uns die Glasflaschen weiterverarbeitet. Ich werde das Ganze jetzt mal ein wenig beschleunigen, indem wir mal kurz das Ganze 1 zu 1 umrechnen. Also 64 Glasscheiben ergeben 64 Glasflaschen. Wir wollen es ja ein bisschen beschleunigen. Wir wollen ja wirklich sehen, was kriegen wir. So. Zack. Off we go. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die 7, bis die 6. Ja, ich beschleunige es auch nochmal. 3. Wir wollen es wirklich exakt ja haben. Wir wollen hier perfekte Genauigkeit haben. 1, 2, 3. Wunderbar. Und einfach mal gucken, was dabei am Ende herauskommt. Wir warten, wir warten, wir warten, bis die letzten Flaschen durchgehen. Und da ist die letzte Flaschenarbeit. Alle Maschinen in der Fabrik sind natürlich umweltfreundlich. Mit anderen Worten, sie schalten sich aus. Jede Maschine schaltet sich aus, wenn sie nicht mal benötigt wird. Ihr seht, da ist gerade das letzte heiß kalmende Stück Glas, was hier bearbeitet wird. Und ihr seht, wenn jetzt wir fertig sind, schaltet sich die Maschine aus. So, Maschine aus. Und da ist sie. Unsere letzte Glasflasche, die jetzt gerade sich auf dem Weg nach oben macht. Und, können leider nicht in die Sicht der Glasflasche gehen, nach unten geht. Und jetzt haben wir gleich unseren Ertrag der Fabrik. In der Fabrik kann auch noch ein weiteres Produkt hergestellt werden. Ich habe ja mit dem Kelp gesagt, da kommt noch was. Wir haben hier nämlich eine Kelp-Farm. Und die Kelp-Farm produziert Kelp. Und immer wenn genug Kelp da ist, ich simuliere das jetzt mal. Ne, noch nicht. Okay, jetzt. Wenn genug Kelp da ist, dann setzt sich dieses Minecraft in Bewegung. Der Kelp wird hier oben mit Kohle gebrannt, äh, getrocknet. Und anschließend in dieser Maschine zu Kelp-Blöcken gepresst. So, aber die Kelp-Blöcke interessieren uns jetzt gerade nicht. Uns interessiert jetzt gerade eher der Ertrag in dieser Kiste. Und den nehmen wir jetzt mal mit und schauen uns das Ganze mal an. Mal gucken, ob das tatsächlich aufgeht. Von der Rechnung her, es müsste alles irgendwie symmetrisch sein. Also, wir haben sieben Diamanten. Das ist ein Zufallsprodukt. Wir haben 15 mal Kohle, plus, minus. Die Kohle kann mal mehr sein, mal weniger sein. Deshalb kommt das hier hin. Wir haben 100% Kohle geschmolzen, 100% Eisen geschmolzen. Wir haben, wir haben aus 64 Steinen haben wir immerhin 2 Stacks Glasflaschen erhalten. Und aktuell haben wir 5 Stacks Holz erhalten, aus einem Stack Holz. Das ist wunderbar. Das Holz wird noch weiterverarbeitet. Das heißt, wir gucken mal, was ist ein fertiges Produkt in der Maschine. Wir haben schon ein fertiges Produkt, und zwar die Flaschen. Die sind schon ein fertiges Produkt. Dieses Produkt kann verkauft werden, rechts. Alles, was noch links ist, ist noch lange nicht fertig und muss noch weiterverarbeitet werden. Und das Ganze findet natürlich dann hier in diesem Projekt statt. Falls ihr das Projekt noch nicht könnt, dürft ihr es gerne weiter hier verfolgen. Ich werde weiter Videos zu dem Projekt machen. Auf jeden Fall, das ist die Redstone World und das ist die große Fabrik in der Redstone World. An dieser Stelle danke ich euch herzlich fürs Zuschauen. Ich sage, liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.